Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft durch. Diesmal bin ich aber nicht alleine, sondern mit Elvin. Moin! Das ist Elvin und heute spielen wir Minecraft durch, weil es noch nie jemand getan hat. Und deshalb würde ich auch mal sagen, fangen wir jetzt direkt an. Ja, also ich bin nur hier für die Fixnummer. Ah ja, genau, genau. Ich schreibe einfach in den Titel, ich spiele heute Minecraft durch mit Mädchen. Passt, oder? Ich habe halt for real gerade automatisches Springen an. Oh mein Gott, da hinten sind auch Schweine. Ich mache mir mal eben kurz hier Sachen. Jo, ich habe Stein für dich, vielleicht. Du hast Stein, das finde ich gut. Ich gehe einfach schon mal, obwohl ich mache mir eben kurz ein Schwert. Zack, zack. Warte, ich gebe dir ein Steinschwert, ich gebe dir ein Steinschwert. Ich mache mir eine Steinachs, weil ich bin ein Kilo. Nee, deswegen nicht so. Okay, hier ist ein Creeper. Oh man. Haha, Creeper, oh man. Oh, no way, no way, renn weg. Renn weg, bitte weg. Verpisst euch. Verpisst euch. Bro, die wollen halt direkt ein Stress anfangen. Okay, da kommen direkt die Kombo. Oh, wir haben direkt ein Stress anfangen. Ah, shit. Alter, die Kombo. Die Kombo war es, Alter. Ja, wow, wir brauchen Schafe. Zeig dir nach, ey. Okay, zeig mal Tricks. Okay. Hä? Hi. Hä, hallo, lass mich mal. Okay. Hä? Lol. Moin. Okay, okay, was ist jetzt unser Ziel? Also, unser Ziel ist es jetzt erstmal, entweder Ämmel zu sammeln durch Schiffe oder ein Dorf finden. Bye. Mach's gut aus, perfekt. Ich ertrink. Ich ertrink wirklich. Oh, ich werde fast ertrunken. Es wird wieder Nacht, ne? Äh, ja, okay. Du musst beide betten. Ja, okay, ähm. Ja, kannst du ja selber noch eins machen, ne? Ja, klar. Wovon? Von meinem Fleisch, oder was? Ja, gut. Ich hab ein Dorf. Hast du ihn nicht. Hab ich. Was siehst du denn da? Was für ein Teufel mit mir bist. Ich seh ein Dorf! Ich guck mal, wie man den macht. Ähm. Soll ich dir erstmal mit den Blümchen und mit den, äh, Bienen erzählen? Hm. Weißt du wie? Doch, mach mal, mach mal. Die Blümchen, die sind einfach da. Und die Bienen kommen dann an und haben ganz viel Liebe mit den Blümchen. Was sie? Das, was du nie erfahren wirst. Ey, ey. Und wir kriegen für 15... Oh mein Gott, wir brauchen... Aktiviert die Klocke. Bitte sag mir nicht, dass das der Joke war. Ja, das war der Joke. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Kriegen wir 15, äh, Kohle? Kriegen wir... Wie viel Ameriads? Wo war der Typ? Wo ist der Typ in Gerant? Einfach mal einen Gole, Mann. Nein, Mann, nicht. Die bringen mich um. Die können nicht one-hitten. Die können nicht seriously one-hitten. Echt? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der one-hitten kann. Ey, ich mein, mach, 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 mach. Junge, du bist so dumm. Ey, ich mein, mach, 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 mach. Renn weg. Nein, Bro. Geh weg, weg. Ja, nein. Nee, nicht mehr, mach ich noch nicht. Maja. Hi, mach mich. Maja. 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 Ha, ha, ha. Jetzt kannst du ihn noch mal? Du? Hallo. Was kannst du eigentlich? Ist die da, wo er hingehört. Nein, der rennt weg. Warum fliegst du ihn denn auch? Ja, aber dann sind die die schlechter. Verpaste ich. Echt? Ja, so ich weiß schon. Wenn ich den Verkäufer und schlage, werden die Preise auch nicht da war. Rappado! Wo ist der jetzt hin? Team, perfekt. So. Warte. Kannst du dir sagen? Vergewaltig gehen. Zwei dreistig. Warum soll ich verrein? Verrein, du raus. So, zwei dreistig. So, jetzt arbeite, Sklave. Fuck, ich hab mein Bett vorgepiecht. Bruder, ist das ekelhaft. Er nimmt's mit. Auf fetisch-Basis. Auf fetisch-Basis. Ich versuche dir den Hintern. Nein, ach. Komm her. Ach, nein. Bitte nicht, Daddy. Bitte nicht. Komm her. Er wird wieder aggressiv. Wie viel Leben hast du? Wie viel Leben hast du? Wenn du die Glocke aktivieren würdest, hä? Wenn du die Glocke bei Schnürsenkel-TV aktivieren würdest, dann würdest du die Schnürsenkel-TV sehr unterstützen. Also macht doch die Glocke an, Leute. Ja, das kostet auch nichts. Ihr kriegt einfach nur ein paar mehr Informationen von Schnürsenkel. Und das würde ich super besprechen. Also macht sie jetzt an. Macht die Glocke an. Super. Toll finde ich das. Ihren Braten. Schärfe oder Schärfe? Schärfe. Ganze Eisen genommen? Gib mir ein bisschen Eisen. 23, um genau zu sagen. Okay. Eigentlich bräuchten wir ein Hustle. Scheiße, ich hab kein Baum mehr. Ich hab ein Geflangen. Ich hab ein Geflangen von dem. Du bist du behindert. Oh, man kostet hier wieder. Oh, ja. Scharf. Ja. Oh, schön. Schön. Auf Ehrenbar. Ehrenbruderbar, so sehr. Niceness. Ja. Ja, guck mal, die pauschalisieren. So, weißt du, nur weil du die Hit bist, heißt das ja nicht, dass ich die Hit bin. Ist halt echt so. Das ist wie Rassismus. Ja, pauschalisieren. Weil einer von den Ausländern scheiße ist, heißt das nicht, dass alle scheiße sind. Ja. Ja. Was mich nur erschreckt, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? So behindert. Ja. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, du stirbst. Soll ich? Oh. Der war nicht mit Absicht. Ja, das auch nicht. Ja, komm, komm. Komm rüber. Okay. Dann hast du die Werbung. Hä? Geh nach hinten. Ich hab sie nicht gesehen. Komm, wir gerade zuerst gefallen. Hä? Ach da. Komm rein. Okay, das ist ja gedacht, wer? Wo ist die? Hier. Da. Wer? Da. Wow, fliegt immer weit. Also manchmal bin ich auch so weird, ne? Na Gott. Nein, ist die Lippe. Wo bist du? Guck, sie geht zurück. Ja, aber sie geht in den Boden dann rein. Ach so, wusste nicht. Runter. Ja, hier geht's runter. Okay, gut, 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 gut. Einer. Ja, ich hab gelogen. Ja, ich hab gelogen. Ach so. Wir sind drin. Wie schwierig, wenn du fällst, ne? Okay. Kann ich ihn haben? Den. Oh. Ah. Ich hab drei Herzen. Äh, die kommen hier. Äh, die töten mich trotzdem. Die kriegen mich trotzdem. Einer ist runtergebackt. Guck mal, testet es wieder, ne? Krass Sache. Er dreht sich, er dreht sich. Kann ich aufpassen. Ich geh wieder zurück. Er ist echt down. Lol. Okay, ich hab... Okay, ich hab... Okay, ich hab... Oh, die Endermans. Gibt's auf den Sack. Junge, was macht der für Drehungen? Ich auch nicht. Deine Endermans ist sehr gut. Ah, die Endermans. Okay, der ist richtig low. Oh mein Gott. Das war's vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne bei Elvin vorbei. Der macht coole Streams und geile Edits. Also schaut auch gerne mal vorbei. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, Elvin hat's auch Spaß gemacht. Je. Je. Nice. Also, bis zum nächsten Mal. Küsschen auf den... Okay, who likes Fortnite? We like Fortnite? We like Fortnite. 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 We like Fortnite.